Seit dem Flugzeugabsturz in Frankreich war ja nach der zweiten Blackbox gesucht worden. Heute, vor wenigen Minuten, wurde das mitgeteilt, ist sie gefunden worden. Das hat die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in Marseille gemeldet. Die erste Box, der Stimmenrekorder, war ja bereits kurz nach dem Unglück geborgen worden. Bei der zweiten Box handelt es sich um den Flugdatenschreiber, von dem sich die Ermittler weitere Aussagen über die Geschehnisse an Bord versprechen. In Wiesbaden ist jetzt unser Luftfahrtexperte Michael Immel zugeschaltet. Herr Immel, können Sie einschätzen, haben Sie irgendwelche Informationen, in welchem Zustand sich diese zweite Blackbox befindet? Dafür sind die Informationen noch viel zu frisch. Das sind ja gerade wenige Minuten her, dass die Agentur dies gemeldet hat mit Bezug auf den Staatsanwalt in Marseille. Also die spannende Frage wird sein, hat der Flugdatenschreiber auch den Aufprall überstanden? Enten ausgelegt ist er ja auf einen Aufprall mit 750 kmh auf eine Betonwand. Also man hat ihn jetzt gefunden. Dazu muss man wissen, dieser Flugdatenschreiber, also der Kern in diesem Panzer, der Panzer ist so groß wie ein Schuhkarton und drin muss man sich so ein 5-Mark-Stück vorstellen. Auf diesem sind sämtliche Informationen und wir reden von 1000 bis 1200 Informationen pro Sekunde, die dort aufgezeichnet werden. Wenn nun dieser Flugdatenschreiber ausgewertet werden kann, heißt das, dass man hinterher zweifelsfrei detailliert weiß, was dort oben und dann beim Aufprall geschah? Wir sagen ja immer wieder in diesen Tagen, das ist ein Puzzlespiel. Und jetzt wissen wir dann auch, wenn dieser Ausschreiber, dieser Datenschreiber auch auswertbar ist, was genau zu welcher Sekunde passiert ist. Das heißt, man kann jetzt die Puzzle zusammenfügen. Also das, was wir bereits wissen aus dem Stimmenrekorder mit dem, was wir zu den technischen Daten wissen. Also wurde dieser Code, siebenstellige Code zum Eindringen in das Cockpit, wurde das eingegeben? Wurde es verwehrt, der Eintritt? War die Tür versperrt? All diese Informationen werden wir jetzt hoffentlich erfahren. Und das war Michael Immel, zugeschaltet aus Wiesbaden. Vielen Dank.